Und das ist immer sehr amüsant, wir alle kennen es, wir hören Songs und hören dann da Sachen, die aber gar nicht gesungen werden. Ja, das sind unsere Hit-Verhörer, Wörter oder ganze Sätze und die sammeln wir zusammen mit ihnen. Susanne Welke hat uns auch einen über die FFH-App geschickt, so einen Hit-Verhörer. Sie hört im Refrain von Michaels Schultes, aktueller Singer, All I Need, immer Oma Ralf. Ja, und auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht, dass die Oma Ralf heißt, Susanne, die hat recht. Bitteschön. Da war's, haben Sie es gehört? Eindeutig. Ja, tut mir leid, das werden Sie ab jetzt nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Oma Ralf. Sehr, sehr schöner Hit-Verhörer, kommt mit drauf auf unsere Liste. In Rap und App gibt es noch mehr Hit-Verhörer. Ja, und jetzt gibt es hier für Sie die neue von Michael Schulte, All I Need. All my life I've been chasing down the dreams of all the world.